Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play 4 mit mir, TheXHabX. Hier haben wir nochmal gerade Ladescreen, damit man nochmal halbwegs weiß, um was es ging, bzw. wo wir sind. Situation Überreste des vermissten Dingens-Teams wurden gefunden. Die technische Offizierin von 4 ist vor Ort und führt die forensische Untersuchung durch. Der 4-Einsatzkoordinator hat Paxton Fettles Peilsignal in dem Gebiet geortet. Über den Verbleib des Armecam-Personal ist momentan nichts bekannt. Die Mission, der 4-Einsatz-Agent, wird versuchen, Fettel abzufangen. Wey, ein wildes Paxton Fettel erscheinen. Flieg, Pokéball, flieg! Ein Hindernis kann man womöglich auf mehr als eine Weise überwinden. Suchen Sie gründlich nach alternativen Wegen und verborgenen Vorräten. Machen wir doch! So. Ah ja, stimmt. Das war ja wohl dieses komische kleine Gördus-Bizze-Maschinen ist. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Muss ich gerade mal gucken. So. Und los geht's. Geht's los? What the fuck? What the fuck is going? Was? Wieso komme ich jetzt hinten raus? Okay, doch. Bethes, ich bin hier fast fertig. Irgendwelche Theonien? Ich muss ein bisschen im Labor arbeiten. Okay, gehen Sie aufs Nachschulker warten. Okay. Es könnte etwas dauern, bis ich Sie da abholen lassen kann. Was ist eigentlich in mir? Warum werde ich nicht abgeholt? Gibt's da auch eine Begründung für? Ah, eins meiner Lieblings-Teile. Ich muss mal gerade gucken. Muss ich denn jetzt herlegen? Was weiß das du ja? Was weiß das jemand? Ich bin einfach mal da hoch. Kann ich stoppen? Muss ich da hoch? Was gucken? Äh. Nein, oder? Anscheinend nicht. Doch. Was geht? Ah, ich muss tatsächlich auch da hoch. Oh, wie interessant. Nein. Nein. Mist gehört. Mist gehört. Boah. Was war das? Ach, das war nur das Zweck. Okay. Alter. Da liegt ein Toter. Alter, der zuckt ja noch. Der zuckt noch. Oh, was geht jetzt ab? Lebst du noch? Zuck, nicht. rum. Das sieht komisch aus. Kann ich ja noch runterschubsen. Ey, komm, 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 komm. Ja. Wiste, ich kann das auch. Ha. Okay, Upload läuft. Upload? Ah, okay. Gibt da sonst noch was Interessantes? Nein, ne? Ich hasse Laptop. Sie kann man nicht kaputt machen. Checkpoint wird gespeichert. Okay, warum das? Was? Hallo, Tüttel. Uh, uh. Ne, achso, gut. Ich dachte, da war ich nicht noch zu springen. Scheiß, Rade. Scheiß. Gehüpfst. Gehüpfst. Okay, so weit, so gut. er will noch mal er hat noch nicht und da bin ich gekommen ich hab schon wieder viel zu viele kanaden warum gibt es immer so viel sex da oben kommen ja wieder so viele gegner jetzt oder was die entschuldigung hier war es hier war es Okay, was sind denn die jetzt? Alles tot? Ja. Die hatten keine Chance. Gibt es da noch etwas? Nein, nein. Danach laden wir vielleicht nicht verkehrt. Ah, warum ruckelt das so? Was ist denn jetzt? Ein Hubschraubbär. Achso, ah. Die Letztungseinheiten geben auf. Ich hoffe, Jankowski hat sich nur den Kopf gestoßen und hat gesagt, er sieht man wie wiederum. Ja, nur den Kopf gestoßen. Das glaubst du aber auch nur du. What the fuck? Ach, ist das so schön hier. Fällt dir da was von unten? Oh. Oh. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Was? Die gemein. Ich schieße dir die Eier, schieße dir die Eier, schieße dir die Eier, stirb. Hä? Was, 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 was? Wo kann man der jetzt bitte? Ganz ohne Hubschraubbär. Na不起! Höh, das ist ja gut. Es ist ja gut. Wasunda? Was ist denn der nicht? What the? Was der, äh? Hä? was zum teufel wo ist der bitte das macht der da hinten geld zog da nicht mehr so schaut dann mal aus holen kurz umsehen und mir erscheint es nichts besonderes mehr zu geben aber wie gut das heute sind aber das ist auch noch mehr So weit, so gut. Ich ziehe mal wieder echte. Geht's denn da hinten lang? Lass mal nachschauen. Warum ruckelt es? Wieso? Ich hab doch gar nix getan. Wieso? Alma mag mich nicht. Kaboom! Kaboom! Oh, da hinten löscht was. Das ist wieder so ein Reflexbooster, oder? So gut, so, jetzt wieder zurück, oder was? Ja, sieht klar nach aus. Gehen wir wieder zurück, Marsch, Marsch. Da ging's runter. Mal schauen, ob wir jetzt nochmal irgendwelche Leute hier halt antreffen, oder ob's das jetzt schon war mit den Gegnern. Okay, ich hab gerade leichte Orientierungsprobleme, obwohl ich bislang da lang ist, oder? Ja, ne? Ha! Ist hier was? Muss ich irgendwas machen? Nein, nack. Hab ich jetzt da alles? Ja. Ah, haben ruckelt was heute so. Warum? Wir sind auf dem Dach. Gut. Geht's noch, Mr. Bishop. Kannst kaum erwarten, dass ich hier rauskomme. Kann ich mir denken. Was war das? Das war wahrscheinlich nur ein Hammer, oder? Sagt mir, dass das nur ein Hammer war. Alter, Moment. So, ich hab jetzt mal versucht, ein bisschen was umzustellen. Vielleicht ruckelt's jetzt weniger. Ja. Ja, scheint zu funktionieren. Okay. Immerhin. Sagt mir, dass ich das bin. Das ist ja krank. Ja, das bin ich, oder? Jetzt geht's hinten so rein, oder? Doch, da. Hilf. Ah, okay. Situation. Der A4-1 als Agent hat die Geisel, Aldus Bishop, ach du lieber Herrland, befreit. Der Mann behauptet, über Harlan Wade verhört worden zu sein. Ein leitenden Forscher bei Arnecam. Wades Verbleib ist unbekannt. Bishop berichtete auch, dass er ein Kollege von Wades Tochter Alice sei. Ha. Ha. Resident Evil. Yay. Es wird vermutet, dass sie von replikanten Streitkräften ins Visier der unmöglicherweise bereits gefangen genommen wurde. Dingens Einsatzagent Douglas Holliday begleitet Bishop zur sofortigen Evakuierung aufs Dach. Auf das Dach. Entschuldigung. Die technische Offizierin von FIA setzt die forensische Untersuchung am Schauplatz des Dingens Wasserkast fort. Es gibt Anzeichen dafür, dass viele arme Mitarbeiter exekutiert wurden. Nein. Das waren keine exekutierten Mitarbeiter, die ich da immer getroffen habe. Die waren doch alle am Leben. Was kann das die haben? Mission der FIA-Kampfeinsatzagent trifft sich mit Holiday an der Helikopterlandenzone. HLZ. Ah. Ist die Landenzone dann wieder heiß? Drücken sie? Ach, jetzt habe ich sie vergessen vorzulesen. Äh, vorzulesen. Mein Linksklick drücken. Schade. Kann nicht sein, dass ich hier im letzten Level irgendwie Bildschirm übersehen habe. Ja, ne? Scheiße. Das könnte gut sein. Aja Die Pistole ist cool. Duääähäähäähä Ja, ist es cool. Waren das alle? Ne. Jetzt waren das alle. Ich mag Pistolen. Das erste Mal, wo ich jetzt längere Zeit mit denen so rumrenne. Was, da ist was auf dem Dach? Ich hab's nicht ganz verstanden. Also das mit dem Ziel muss ich noch üben, aber egal. Es wird. Waren das jetzt eigentlich alle? Lebt denn noch die Wehr? Kommt da noch mehr? Ich weiß es nicht. Finden wir's heraus. Und jetzt mal nochmal die. Ja. Das ist ja noch mehr. Tututututututututututututututututututututututututututututututututut Wups. Ist da noch mehr? Hallo. Stürp! Stürp! Der ist tot oder? Was? Stürp! 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 Aua! Die tun mir weh! Oder sonst noch irgendjemand? Ist der noch irgendjemand? Ich sollte echt mal mehr Granaten benutzen! Meine Güte, warum mache ich das eigentlich? Was für eine lustige Waffe! Oh! Interessant! So weit, so gut! Was bist denn du? Du bist noch mal die Gummianna dafür! Lass mal noch gerade da reingucken gehen! Ich glaube, wir müssen hier gleich mal abbrechen! Weil, äh, von der Länge vom Part her... Ja, wir gehen noch grad da runter gucken! Obwohl, das ist wahrscheinlich was längeres, oder? Nein! Nein, war nur Einbildung! So lang scheint es nicht zu sein! Noch gerade hier rein! Geh jetzt nochmal hier rein, um zu gucken, ob ich da noch irgendwas übersehen habe! Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter! Weil jetzt ruckelt es auch einfach mal nicht mehr! Hab ich gut gemacht, ne? Aber naja, in diesem Sinne! Bis zum nächsten Mal! Bei Let's Play 4! Mit mir, der XHapX! Ciao Leute! Macht's gut!